Wenn das so weiter geht, werden wir bald wieder bei Pocher verarscht. Sie sind immer noch da bei 9 live hier. Habt ihr das gesehen auf ProSieben? Da saß er da mit Ralf Barth. Mario Arth. Mit diesen komischen Typen. Ach, Moment. Das ist so schwer. Da sagt keiner raus. Kinders. Kinders, das ist wirklich nicht schwer. Das ist das schwierigste Wort, was wir seit Jahren hier bei 9 live haben. Das kann doch keiner lösen. Kinders, das ist wirklich nicht schwer. Oh meine Güte, das ist genauso schwer wie gestern und gestern war es der Hammer. Kinders, das ist wirklich nicht schwer. Achtung. Oh Gott, das ist echt zu schwer. Das ist der Hammer dieses Wort. Das ist der absolute Hammer. Kinders, das ist wirklich nicht schwer. Boah, ist das schwer. Und wir haben zwei Geldpakete für Sie. Zwei Geldpakete. Leitung 15, 38, 94 und 20 sind für Sie besetzt. 6, 15, 24 oder 35. Gucken Sie ganz genau hin. Gucken Sie ganz genau hin. Sie können es finden. Und schauen Sie ganz genau hin. Zugeschlagen, wer ist dran? Zugeschlagen, wer ist dran? Hallo, hier ist der Klaus. Klaus, was kommt raus? Stefan Raab. Hallo, wer ist denn da? Ja, hier ist Klaus. Klaus, was kommt raus? Löwe. Nein! Scheiße, falsch! Nein! Eine Aho! Ich werde wahnsinnig. Jetzt hole ich einen Mann hier in die Sendung. Ne, ich bin eigentlich, eigentlich bin ich ein Mann. Geil ist aber auch, wenn Sie diese Maldinger machen. Ja, 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 das kann ich irgendwie hier, ähm. S ist gleich E plus L plus Norden, Osten, Süden, was fehlt denn da? W ist gleich V, N ist gleich R und dann geht's hier weiter. W ist gleich KN, das ist so was Rundes zum draufkicken, plus die Mutter, hm, sagt man immer, D, E durchstreichen. B, äh, R weg, z, A. Gestern war Orgasmus. Haben Sie ein O gemalt. Ein O, warte mal, warte mal, warte mal. Und dann eine Orgel? Das H, H weggestrichen. Ja. Dann eine Gasflasche. Ah. Und dann Apfel mit dem Hammer. Oh, super. Toll. Orgasmus. Orgasmus. Ne, schlecht. So, das war sehr, sehr geil. Wir haben uns aber nicht wiedererkannt, muss man auch dazu sagen. Rund.